Bislang sind wir immer davon ausgegangen, dass ein Objekt sich immer in genau einem Zustand befindet. Jedoch kann man Zustände auch beliebig tief schachteln. Das bedeutet, für einen Zustand kann man ein Zustandsdiagramm wieder spezifizieren. Das legt sozusagen die mögliche Zustandsfolge innerhalb eines Zustands fest. So entstehen komplexe Zustände. Dann ist es aber auch noch möglich, dass innerhalb eines Zustands mehrere parallele Zustandsfolgen aktiv sind. Dann sprechen wir von parallelen Zustandsfolgen. Am besten, wir schauen uns das jetzt gemeinsam an. Bislang waren alle Zustandsdiagramme, die wir betrachtet haben, nicht geschachtelt. Doch könnte man innerhalb eines Zustands wiederum eine Zustandsfolge angeben. Wir haben sozusagen Subzustandsfolgen und dadurch schachteln wir Zustandsdiagramme. Bei der Schachtelung können wir eine oder- und eine und-Verfeinerung unterscheiden. Sehen wir uns das an. Im ersten Beispiel sind hier die Subzustände disjunkt. Das bedeutet, ich habe den Zustand Z und darin ist eine Subzustandsfolge mit X und Y. Das bedeutet, ich kann mich, während ich in Z bin, nur entweder in X oder in Y befinden und dementsprechend habe ich hier eine oder-Verfeinerung. Es gelingt mir aber auch eine und-Verfeinerung bei der Schachtelung anzugeben. Das erreiche ich, indem ich den Zustand in mehrere Regionen unterteile. Und für jede Region kann ich wiederum eine eigene Subzustandsfolge angeben. In diesem Beispiel hier Z. Ich habe zwei Regionen, Region 1 und 2. Und nun befinden sich X und Y hier in unterschiedlichen Regionen. Und damit können innerhalb von Z sowohl X und Y aktiv sein. Als nächstes wollen wir uns dem Eintritt in einen komplexen Zustand widmen. Zuerst sehen wir uns den Fall an, dass die Transition zum komplexen Zustand selbst führt und nicht zu einem Subzustand. In diesem Fall wird im komplexen Zustand der Startzustand aktiviert. Betrachten wir gemeinsam dieses Beispiel. Wir starten beim Startknoten und es wird unmittelbar diese erste Transition ausgelöst und wir kommen in den Zustand S3. Sind wir in S3 und das Ereignis E2 tritt auf, so verlassen wir S3 und es wird die Exit-Aktivität A0 ausgeführt. Danach die Aktivität der Transition, also A2. Wir kommen dadurch in den komplexen Zustand S1 und treten in diesen ein und führen die Entree-Aktivität A3 aus. Innerhalb von S1 aktivieren wir den Startzustand und führen die erste Transition aus und kommen somit in den Subzustand S11 und führen die Entree-Aktivität des Subzustandes A4 aus. Wir fassen daher zusammen, wenn wir uns in S3 befinden und es wird das Ereignis E2 ausgelöst, so kommen wir in den Zustand S1 und innerhalb von S1 in S11 und wir führen A0, A2, A3 und A4 aus. Als zweiten Fall sehen wir uns an, dass die Transition direkt in einen Subzustand erfolgt. In diesem Fall wird natürlich genau dieser Subzustand aktiviert. Wir verwenden wieder das gleiche Beispiel, jedoch mit einer anderen Ereignisfolge. Zu Beginn sind wir im Startzustand und es wird unmittelbar die erste Transition in den Zustand S3 ausgelöst. Nun passiert jedoch das Ereignis E1 und wenn E1 auftritt, verlassen wir S3 und führen die Exit-Aktivität A0 aus, danach die Aktivität der Transition A1. Wir treten dann in S12 ein, aber somit natürlich auch in den komplexen Zustand S1 und es wird zuerst die Entreeaktivität von S1 ausgeführt, nämlich A3 und dann erst die Entreeaktivität des Subzustandes A7. Das heißt, wir fassen zusammen, wenn wir uns in S3 befinden und E1 tritt ein, dann verfolgen wir diese Transition gelangen in S1 und damit in den Subzustand S12 und wir führen aus A0, A1, A3 und A7. Nach dem Eintreten in einen komplexen Zustand wollen wir uns nun dem Verlassen eines komplexen Zustandes widmen. Als erstes sehen wir uns den Fall an, dass die Transition aus einem Subzustand, wie in diesem Fall hier, erfolgt. Am besten wir illustrieren es wieder an einem Beispiel. Wir haben zuerst den Startknoten und gehen vom Startknoten direkt in den komplexen Zustand S1. Das heißt, wir haben dann als erstes die Entreeaktivität A3 von S1 auszuführen. Es wird der Startzustand von S1 aktiviert und wir gelangen direkt in den Subzustand S11 und führen hier die Entreeaktivität A4 durch. Danach passiert das Ereignis E3. Durch E3 verlassen wir über diese Transition den Subzustand 1,1 und haben dadurch als erstes die Exitaktivität von S11 auszuführen. Das ist A6. Danach die Exitaktivität des komplexen Zustandes S1. Das ist die Aktivität A5. Im Anschluss führen wir die Aktivität der Transition, nämlich A2 durch. Und so gelangen wir in den Zustand S2 und müssen die Entreeaktivität A1 durchführen. Wir fassen also zusammen, wenn das Ereignis E3 im Zustand S11 auftritt, so gelangen wir über diese Transition in S2 und wir führen die Aktivitäten A6, A5, A2 und A1 durch. Entscheidend ist auch zu erkennen, dass man beim Eintreten in einen komplexen Zustand immer von außen nach innen geht, beim Verlassen eines komplexen Zustandes jedoch immer von innen nach außen. Das ist auch entscheidend bei der Ausführung der Exit- und Entreeaktivitäten. Der zweite Fall beim Verlassen eines komplexen Zustands betrifft eine Transition, die direkt vom komplexen Zustand wegführt. Sehen wir uns das wieder am gleichen Beispiel an mit einer geänderten Ereignisfolge. Zu Beginn befinden wir uns im Startzustand. Unmittelbar wird daher der Eintritt in S1 ausgelöst und wir führen A3 durch, aktivieren den Subzustand S11 und es wird die Entreeaktivität A4 durchgeführt. Nun passiert das Ereignis E5 und das führt zum Verlassen von S1 bzw. S11. Beim Verlassen gehen wir immer von innen nach außen, daher wird zunächst die Exit-Aktivität A6 durchgeführt, danach die Exit-Aktivität des komplexen Zustandes A5, in weiterer Folge die Aktivität der Transition, das ist A3 und wir treten in den Zustand S2 ein und es wird die Entreeaktivität A1 ausgeführt. Daher wir fassen noch einmal zusammen, wenn das Ereignis E5 bei Zustand S11 passiert, so wird zuerst A6, danach A5, dann A3 und A1 ausgeführt. Der dritte Fall beim Verlassen eines komplexen Zustands betrifft die Transition durch Beendigung einer Subzustandsfolge. Wir sehen hier eine Transition, die vom komplexen Zustand weggeht, doch bei dieser Transition ist kein Ereignis angegeben. Die Transition wird durch einen Completion Event ausgelöst. Ein Completion Event tritt auch auf, wenn innerhalb eines komplexen Zustandes die Subzustandsfolge komplett abgearbeitet wird, das heißt in der Subzustandsfolge der Endzustand erreicht ist. Dann wird diese Transition ausgelöst. Sehen wir uns das Beispiel hier noch einmal genauer an. Wir beginnen beim Startknoten und von der ersten Transition gelangen wir in den komplexen Zustand S1, wodurch die Entreeaktivität A3 ausgeführt wird. S1 ist ein komplexer Zustand, weil sich in diesem Zustand eine Subzustandsfolge befindet. Auch hier beginnen wir beim Startknoten und die erste Transition führt uns in den Subzustand S11 und wir führen die Entreeaktivität A4 durch. Wir fassen zusammen. Zu Beginn gelangen wir in den komplexen Zustand S1 und innerhalb dieses Zustands gelangen wir in den Subzustand S11. Ausgeführt werden die beiden Entreeaktivitäten A3 und A4, nämlich A3 von S1 und A4 von S11. Wenn nun der Event E4 auftritt, so gelangen wir grundsätzlich danach in S12. Doch zuerst müssen wir den Subzustand S11 verlassen. Das heißt, wir führen zuerst die Exitaktivität A6 durch. Erst danach wird die Transition ausgelöst und wir gelangen in S12, wodurch wir die Entreeaktivität A7 durchführen. Das heißt, wir fassen zusammen. Durch das Ereignis E4 gelangen wir in den Subzustand S12 und es wird die Exitaktivität A6 von S11 und die Entreeaktivität A7 von S12 durchgeführt. Wenn nun das Ereignis E4 noch einmal auftritt, so wird diese Subzustandsfolge beendet. Das entspricht einem Completion Event und dadurch wird diese Transition zu S12 ausgelöst. Aber zuerst verlassen wir wieder den Zustand S12. Das heißt, beim Verlassen von S12 wird die Exitaktivität A8 ausgeführt. Aber wir verlassen nicht nur diesen Zustand, sondern auch den übergeordneten Zustand S1 und dementsprechend wird hier auch die Exitaktivität A5 durchgeführt. Erst dann erfolgt die Transition und wir gelangen in S2, wodurch die Entreeaktivität A1 ausgeführt wird. Wir fassen zusammen. Das zweite Auftreten des Ereignisses E4 führt zum Wechsel in den Zustand S2 und ausgeführt werden die Exitaktivität Aktivität A8, die Exitaktivität A5 und danach die Entreeaktivität A1. Wir kommen zu den orthogonalen Zuständen. Das heißt, hier werden mehrere Zustandsfolgen nebenläufig abgearbeitet. Der komplexe Zustand W ist über diese gestrichelte Linie in mehrere Regionen aufgeteilt. Hier sind es die Regionen S1 und S2 und in jeder der Regionen ist eine eigene Subzustandsfolge angegeben. Man befindet sich gleichzeitig in S1 und in S2. Innerhalb einer Subzustandsfolge sind die Zustände natürlich exklusiv. Das heißt, man ist entweder in A oder in B innerhalb von S1 und man ist entweder in X oder Y oder Z innerhalb von S2. Betrachtet man den Gesamtzustand. Welchen möglichen Subzuständen kann ich sein? Dazu muss ich natürlich die Subzustände A, B und N-Zustand, den kann ich mich auch befinden. Kreuzen mit den möglichen Subzuständen von S2, nämlich X, Y, Z und N-Zustand. Das heißt, ich kombiniere diese drei mit diesen vier Zuständen. Das ist alles hier angegeben. Ich glaube, ich brauche euch nicht aufziehen. Können Sie auch in den Unterlagen noch einmal nachsehen. Wir kommen zum Verlassen von orthogonalen Zuständen. Die drei verschiedenen Arten von Transitionen haben wir auch in diesem Beispiel angeführt. Als erster sehen wir wieder eine Transition, die kein explizites Ereignis angegeben hat. Das bedeutet, wir benötigen einen Completion Event. Im Falle von parallel ablaufenden Zustandsfolgen genügt es nicht, dass eine einzige davon komplett abgearbeitet ist, sondern es müssen alle Subzustandsfolgen abgearbeitet sein. Dann tritt der Completion Event ein und ich würde hier diese Transition zu Z1 auslösen. Im zweiten Falle geht die Transition weg vom komplexen Zustand. Das bedeutet, wenn E2 eintritt, ist es komplett egal, in welchen Subzuständen ich mich innerhalb von Y und befinde. Ich gehe jedenfalls in Richtung Z3. Der letzte Fall betrifft eine Transition, die von einem Subzustand ausgeht. Das bedeutet, dass ich, wenn ich mich in der unteren Subzustandsfolge in C befinde und egal in welchem Subzustand ich mich in der oberen Region befinde und E1 auftritt, so gelange ich nach Z2. Bin ich jedoch in der unteren Subzustandsfolge nicht in C, sondern in D- oder im Endzustand und E1 tritt ein, so passiert gar nichts. Das Ereignis geht verloren. Wird ein komplexer, orthogonaler Zustand aktiviert, so werden auch alle Subzustandsfolgen in den unterschiedlichen Regionen aktiviert. Sehen wir uns zuerst an diesem Beispiel hier den üblichen Fall an. Das heißt, gehen wir von Zustand S2 in S1 über diese Transition, so wird jede Subzustandsfolge über deren Startknoten aktiviert. Das heißt, wir gelangen in der Region A in SA1 und in der Region B in SB1. Es ist mir jedoch auch möglich, eventuell, wenn gewünscht, andere Subzustände als erstes zu aktivieren. Dazu kann man das Konzept eines Parallelisierungsknoten nutzen. Das heißt, wir haben hier einen Parallelisierungsknoten. Das bedeutet, wenn ich von S3 über diese Transition in S1 gehe, so gelange ich durch diese explizite Angabe nach dem Parallelisierungsknoten in der Region A in den Subzustand SA2 und in der Region B in den Subzustand SB2. Wichtig ist, dass die Subzustände, die nach dem Parallelisierungsknoten kommen, in unterschiedlichen Regionen liegen. Und der Quellzustand S3 muss außerhalb des orthogonalen Zustandes liegen. Man kann auch Synchronisierungsknoten analog nutzen. Da ist das Regelwerk genau analog umgekehrt. Sehen wir uns das hier an. Hier haben wir einen solchen Synchronisierungsknoten, der synchronisiert Übergänge von SA3 und SB3. Was ist die Bedeutung? Normalerweise nach Abarbeiten der beiden Subzustandsfolgen gelange ich in S4. SA3 hat hier eine Transition ohne Ereignis. Das bedeutet, es muss ein Completion-Event vorlegen. Das heißt, eine Du-Aktivität in SA3 ist abgearbeitet und ich gehe hierher. Wenn nun SB3 ebenfalls abgearbeitet ist, so sind diese beiden Knoten belegt. Und wenn beide Knoten hier belegt sind, gehe ich in S5 über. Das bedingt natürlich, dass ich davor nicht schon in SA3 und SB3 war und die Ereignisse I1 und I2 bereits aufgetreten sind, weil sonst hätte ich diesen Completion-Event ausgelöst. Als praktisches Beispiel für einen komplexen Zustand wollen wir uns der Hörsaltechnik widmen. Das heißt, wir haben hier einen übergeordneten Zustand, Lecture Hall Equipment für die Hörsaltechnik. Dieser Zustand besteht aus zwei Subzustandsfolgen, nämlich eine für den Projektor und eine für die Leinwand. Widmen wir uns zuerst der Leinwand, weil diese einfache ist. Sobald wir in den Zustand eintreten, kommen wir in den Zustand Move Down. In diesem wird die Leinwand hinuntergefahren. Sobald die Leinwand komplett heruntergefahren ist, wechselt die Leinwand in den Zustand Ruhezustand. Dort verweilt sie, bis beispielsweise wieder Down gedrückt wird. Wenn Down gedrückt wird, geht man wieder in den Zustand Move Down. Da aber hier die Leinwand noch immer ganz unten ist, wechselt man, ohne Zeit zu verbrauchen, gleich wieder in den Ruhezustand über. Das heißt, in Wirklichkeit geht man zwar von Ruhezustand in Move Down und wieder in Ruhezustand, dadurch, dass das Ganze keine Zeit verbraucht, hat man den Eindruck, als wäre man immer im Ruhezustand gewesen. Drückt man die Taste Up, so geht man in den Zustand Move Up. Die Leinwand wird hochgefahren, so lange, bis sie ganz oben ist. Dann tritt Vanscreen Up praktisch ein und man geht wieder in den Ruhezustand über. Sehen wir uns nun die Subzustandsfolge für den Projekt an. Zu Beginn startet man im Standby-Zustand. Sobald der Einschaltknopf Switch On gedrückt wird, gelangt man in den Zustand On. Hier gibt es wieder zwei Subzustandsfolgen, nämlich eine für den Input-Typ und eine für das Signal. Beim Input startet man automatisch mit VGA. Wir nehmen an, dass es für die jeweiligen Zustände, neben VGA, also HDMI und Dokumentenkamera, jeweils einen Knopf auf unserer Bedienung gibt. Das heißt, wenn ich den HDMI-Knopf drücke, gelange ich in HDMI, auch wenn ich davor in Dokumentenkamera war. Und wenn ich den Dokumentenkamera-Knopf drücke, so gelange ich zur Dokumentenkamera. Zweite Subzustandsfolge ist das Signal. Bei Eintreten hat man einmal kein Signal. Sobald ein Signal gefunden wird, geht man in den Signal-Zustand über. Fällt das Signal weg, No Signal Available, geht man natürlich in No Signal über. Und hier haben wir eine ausgehende Kante, die spezifiziert einen Event, das nämlich nach fünf Minuten im No Signal-Zustand auf jeden Fall in Standby übergegangen wird. Dabei ist es unentscheidend, in welchem Zustand ich mich beim Input-Type befunden habe. Zuletzt wollen wir auch noch das Konzept der Unterautomaten vorstellen. Wir haben schon komplexe Zustände kennengelernt, bei denen die Subzustandsfolgen innerhalb eines komplexen Zustands definiert wurden. Es ist jedoch auch möglich, für einen Zustand eine Subzustandsfolge zu definieren, die außerhalb des jeweiligen Zustandes liegt. Man referenziert sozusagen nur die Subzustandsfolge. Dazu bedient man sich der folgenden Notation. Man gibt zuerst den Namen des Zustands an und dann, gefolgt von einem Doppelpunkt, gebe ich den Unterautomaten, den ich referenzieren möchte, an. Hier wäre der Unterautomat Great und damit referenziere ich die Subzustandsfolge, die in Great angegeben ist. Im verfeinerten Zustand gibt es das Verfeinerungssymbol. Das heißt, sobald ich hier in diesen Unterautomaten-Zustand eintrete und dieser aktiviert wird, wird der Startzustand des referenzierten Unterautomaten aktiviert. Das Ganze ist am besten vergleichbar mit Unterprogrammaufrufen in Programmiersprachen. Hier haben wir einen Aufruf sozusagen eines Unterautomaten einer Zustandmaschine. In diesem längeren Abschnitt haben wir uns den komplexen Zuständen gewidmet. Diese werden durch Subzustandsfolgen näher spezifiziert. Dabei kann es auch sein, dass parallel Subzustandsfolgen ablaufen. Wir haben uns genau darum gekümmert, wie man in so einen komplexen Zustand eintritt und wie man diesen wieder verlässt. Was offen ist, ist, wenn ich in einen Zustand zurückkehre, möchte ich eventuell in den letzten aktiven Subzustand zurückkehren. Das gelingt einem mit historischen Zuständen. Darum geht es im nächsten Abschnitt.